Yo Leute, Crypto Goos am Start und heute mit Alex von Crypto Universe parat. Ja Freunde, heute machen wir mal ein Video, wo wir ein paar Fragen an den Alex stellen. Mal schauen, was der Alex mit sich bringt. Das machen wir natürlich erst nach dem Intro. Intro, gib ihm. Jo Alex, wie geht's dir, mein Freund? Mir geht's gut, danke, dass ich hier sein darf und ich bin auf jeden Fall gespannt, was du für Fragen für mich parat hast. Sehr gut, freut mich, dass du hier auch dran teilnehmen konntest und dass es kurzfristig geklappt hat. Auf jeden Fall, ja, es sind wie gesagt ein paar Fragen, 15 Stück, um es genau zu sein, mit ein paar Nebenfragen, die da bei jeder Frage dabei sind. Und ich würde mal sagen, wir fangen mit der ersten Frage an Alex. Wer bist du und was machst du so? Ich bin Alex, viele kennen mich wahrscheinlich vom Kanal Crypto Universe. Ansonsten neben Crypto, was eigentlich mein Hobby ist, viele sagen immer, danke für die Arbeit, aber ich sage dann immer, nee, mein Hobby ist keine Arbeit für mich. So arbeitstechnisch bin ich am Studieren und ansonsten treibe ich in meiner Freizeit sehr viel Sport. Ich schaue, dass ich da immer ein gutes Gleichgewicht habe zwischen Sport, Hobbys, Arbeit, Crypto, YouTube, alles. Es ist schwer einzubringen, wenn man arbeiten muss, also YouTube nebenbei und dann studieren und Sport. Ich merke das selber, ich brauche so ein paar Kilos zugenommen. Das wird immer schwer eigentlich von der Zeit her. Es ist schwierig, so ein Gleichgewicht zu halten, aber man gibt sein Bestes. Hauptsache nicht auf eins nur fokussieren und die anderen Sachen vernachlässigen. Ja, richtig. So sollte es auf jeden Fall sein. Was sieht man so generell auf deinem Channel? Was bietest du den Leuten an? Ich meine, der Kanal heißt ja Crypto Universe, da kann man ja so halbwegs darauf hinschließen, dass es um Crypto geht, aber Crypto ist ja so ein breites Spektrum. Hauptsächlich konzentriere ich mich auf die Utility Coins, wie zum Beispiel XRP. Dafür bin ich, glaube ich, am bekanntesten. Ansonsten noch Quant, andere Iso Coins wie XTC, XLM. Neuerdings spreche ich auch öfter bei VeChain, VeChain Thor. Da kommt auch jetzt demnächst wieder mehr was dazu. Und ansonsten ab und zu den einen Private Sale und auch noch ganz wichtig, Mindset. Weil ich finde, so in dem Bereich sollte man den Leuten und den Zuschauern auch Mindset was mitgeben. Weil es bringt nichts, wenn du den Leuten sagst, diese Kryptowährung kaufe ich und dann steigen sie vielleicht zu einem hohen Preis ein und verkaufen sie zu einem niedrigen Preis, wenn sie nicht das Mindset haben, das Ganze selbst zu beurteilen oder eventuell im richtigen Moment zu kaufen und ihr Geld zu managen. Deswegen setze ich da auf Mindset auch noch sehr, sehr viel Wert. Und ansonsten einfach wirtschaftlich und politisch schauen, dass man den Leuten auch Randwissen mitgibt. Weil wenn man Krypto verstehen will, sollte man sich nicht nur mit Krypto beschäftigen, sondern einfach mit allem. Allem drum und dran. Geld, Finanzen, sich selbst, Wirtschaft, Politik. Und ich versuche das alles bestens auf dem Kanal den Leuten mitzugeben. Du hast mehrere Channels, habe ich verstanden. Zwei habe ich gesehen, also den Hauptkanal, den kenne ich. Krypto Universe. Und dann war eins mit Mindset. Und kann es sein, dass noch ein drittes da zur Verfügung steht, dass du da ein neues noch hast? Kann das sein? Also die genannten Themen, die sind alle für Krypto Universe. Da versuche ich das alles auf dem Hauptkanal mit einzubringen. Ich habe jetzt noch so einen zweiten Kanal. Das ist Krypto Universe Live. Da werde ich Ausschnitte, so quasi ein Minuten, zwei Minuten auf dem Kanal posten, dass man so Kurzfassungen von allem hat. Dann habe ich noch einen dritten Kanal, der heißt Knete. Und da konzentriere ich mich nur auf Business. Also da werde ich so neben Krypto auch vielleicht noch Amazon, FBA, Dropshipping, Website erstellen. Dinge, die ich halt neben Krypto auch noch mache. Den Leuten, ich sage jetzt mal, präsentieren, erklären. Und wenn es dir auch noch Wünsche gibt, auch noch mal extra Videos zu machen. Du weißt auf jeden Fall, wie es geht. Du hast ganz früh angefangen. Also ich denke auch immer so, hätte ich früher angefangen. Ich bin ja mittlerweile 30. Du warst 19, war das, ne? Ich bin 19, ja. Sehr gut. Auf jeden Fall sollten sich einige mal eine Scheibe abschneiden. Weil mit 19 habe ich ganz andere Dinge gemacht, wenn ich ehrlich bin. Naja, so ist das halt manchmal. Was sollst du sagen? Ja, du hast gerade gesagt Mindset deswegen, weil man eigentlich auch halt, ne? Du hast es jetzt mit Krypto in Verbindung gebracht, weil man öfters halt auf den Zug aufspringen will, in der Hoffnung, dass man da fette Profite mitnimmt. Sei ehrlich, wie oft ist das schon geschehen? Mir ist das auch schon geschehen. Ist dir das auch schon öfters geschehen? Oder ist dir da, keine Ahnung, wie war das bei dir? Du meinst jetzt FOMO so? Ja, so FOMO. Das passiert die ganze Zeit. Also letztendlich ist es eigentlich unmöglich, dass dieses Gefühl bei dir nicht aufkommt. Das Gefühl wird bei dir aufkommen, weil du bist ein Mensch. Die Frage ist nur, wie gehst du damit um? Und ich denke mittlerweile kann ich damit umgehen, auch wenn ich dieses Gefühl vielleicht wöchentlich oder monatlich habe, bei dem einen oder anderen Projekt oder bei dem einen oder anderen Preis anstehe. Nur früher hat man dann natürlich sein Geld reingeschmissen. Und jetzt ist man da vielleicht eher erfahrener und sagt, okay, wenn wir uns das Ganze mal die Vergangenheit anschauen, dann wissen wir, die Preise, die wir uns wünschen, kommen vielleicht noch. Das ist vielleicht nicht der Boden. Und dann ist man da auch gechillter und entspannter mit seinen Kaufentscheidungen. Auf jeden Fall. Ich agiere auch dieses Jahr, also das erste Mal, wo ich eingestiegen bin und jetzt hat sich komplett geändert. Also ich, damals war das richtig krass. Aber dazu kommen wir auch noch gleich. In den nächsten Fragen habe ich da so einiges vorbereitet. Können wir später detailliert besprechen. Nächste Frage wäre, du hast ja jetzt einige Projekte schon genannt, aber in welche, du berichtest darüber, hast du gesagt. Ich gehe davon aus, dass du auch dann in den investiert bist, weil es macht ja keinen Sinn, über etwas zu berichten, wenn man selber nicht davon überzeugt ist. Natürlich, hier und da gibt es Projekte, wo man sagt, so ist interessant, aber ist jetzt nicht zwingend für mich, dass ich auch da rein investiere. Weil ganz ehrlich, wie viele Kryptoprojekte gibt es da draußen? Zum einen. Zum anderen, unendlich Geld ist da jetzt auch nicht da, die man beiseite hat, Kohle. Man kann ja nicht in alles investieren. Aber in welche Kryptos bist du selber investiert, wo du von überzeugt bist und weshalb? Du musst jetzt nicht detailliert erklären, was das Projekt macht, nur einfach so, weshalb du halt da reingehst oder rein investierst. Da hast du auf jeden Fall einen ganz wichtigen Punkt genannt. Und zwar, es gibt viele Projekte, aber man muss sich am Ende auf ein paar fixieren. Also wenn es jetzt, sagen wir mal, 50 gute Projekte gibt, kannst du nicht alle 50 einkaufen. Da musst du dich, keine Ahnung, weiß was, auf 12 oder 13 fokussieren. Ich kann jetzt mal kurz ein paar Coins, die ersten aus meinem Portfolio vorlesen. Nummer 1, aktuell, auch wenn ich nicht für Bitcoin bekannt bin, ist Bitcoin mit ca. 23%. Dann hätte ich noch Ethereum an zweiter Stelle, XRP, Quant, Chainlink, Errand, VeChain, Tor jetzt neuerdings auch. Habe ich jetzt gut, gut, gut aufgestockt. Vor einer Woche war ich überhaupt gar nicht investiert. Errand, Cardano, XLM, Header, Hashgraph, Matic, Polkadot, VeChain. Und die kleinste Position, aktuell, Singularity, Net, Ajax. Okay. Warum VeChain, Tor? Du hast ja VeChain und VeChain, Tor, hast du gesagt. Oder V-Thor heißt das, ne? V-Thor war das. Genau. Warum nicht direkt in dem Hauptcoin, würde ich mal sagen, und lieber dann halt VeChain, Tor? Warum hast du da aufgestockt? Die erfüllen unterschiedliche Aufgaben. Wenn man sich damit beschäftigt, dann möchte ich jetzt auch nicht zusätzlich in den Teil gehen. Dann wird man erkennen, dass eben VeChain, Tor, welches als Gas- und Bezahlungsmittel im VeChain-Netzwerk agiert. Im Großen und Ganzen, auch wenn es nicht limitiert ist wie VeChain, ein höheres Anstiegspotenzial hat. Also wenn VeChain zur Anwendung kommt, dann kann man da ganz, ganz schnell Preisanstiege bei VeChain, Tor erleben. Man kann aber auch erkennen, dass bei Anwendung nicht unbedingt VeChain, also Wert, steigen muss. Also wir haben jetzt öfter in der Vergangenheit kleinere bis mittelgroße Anwendungen gesehen. Wert ist gleich geblieben, aber bei VeChain, Tor gab es den einen oder anderen Ausraster. Und wenn man dann wirklich in den Buran ist und zusätzlich breitflächige Anwendungen hat, dann kann man da wirklich nicht mehr von Preisanstieg sprechen, sondern fast schon eher von Explosionsgefahr. Okay. Danke, auf jeden Fall hast du ausführlich erklärt. Und muss ich mir mal anschauen, vielleicht mich auch mal damit mehr auseinandersetzen mit VeChain. Ich bin da auch drin investiert, aber jetzt mit VeChain, Tor oder Vitor, muss ich mal schauen. Danke für den Tipp auf jeden Fall. Zu der nächsten Frage, die wäre, wo siehst du großes Potenzial? Also am meisten Potenzial sehe ich persönlich im Finanzbereich. Das ist auch so das Spektrum, das ich am meisten auf meinem Kanal anspreche und mich mit befasse. Letztendlich kann man auch die Schlussfolgerung schließen, dass eben im Finanzbereich das meiste Geld drin ist. Das heißt ja nicht umsonst im Finanzbereich. Ansonsten sehe ich natürlich Metaverse Gaming und andere Nischen wie Interoperabilität oder vielleicht sogar DeFi auch sehr, sehr viel Potenzial. Aber wie ich bereits schon gesagt habe, im Finanzbereich sehe ich da einfach am meisten Potenzial. Und wenn man sich die News anschaut und sieht, in welche Richtung wir uns eigentlich mit der Welt bewegen, dann erkennt man ganz, ganz schnell, dass sich im Thema Finanzen sehr, sehr viel ändert. Die Wirtschaft wird gezielt runtergeschraubt und es wird wahrscheinlich auch ein Research stattfinden. Alles wird erneuert. Es werden neue Standards kommen, an die sich Banken halten müssen. Alte Systeme werden vollständig eliminiert und neue werden implementiert. Und da kann man auf jeden Fall mit bestem Gewissen auf den Finanzbereich setzen, auch wenn ich der Meinung bin, dass einige Reformen und Erneuerungen vielleicht nicht den Menschen und der Freiheit zugutekommen. Aber dennoch, wenn man nur auf Profit aussitzt oder wenn man das Ganze nur als Investment betrachtet, wir sind ja nicht irgendwie hier um zu urteilen, ist das jetzt gut oder schlecht, sondern einfach nur, um das als reines Investment zu betrachten. Und da sehe ich halt im Finanzbereich sehr, sehr viel Potenzial. Dennoch würde ich mich nie auf eine Sache nur fixieren. Also, dass man dann vielleicht noch andere Nischen mit kleineren Positionen, was ich zum Beispiel jetzt auch mache, wie Metaverse Gaming vielleicht das Auge drauf hat. Interoperabilität, das ist ja so ein Spektrum, das betrifft alles. Also, hat ja nichts mit Finanzen zu tun, das kann ja auch Interoperabilität für Metaverse sein, für diesen Bereich sein, also für alles eben. Da habe ich mir tatsächlich, was Interoperabilität angeht, habe ich mir ICX geholt. Habe da damals schon ein Video drüber gemacht. Ich weiß nicht, kennst du das? Icon oder ICX? Habe ich von gehört, aber nicht beschäftigt. Habe ich mal ein Video drüber gemacht und da war das aber, glaube ich, so richtig oben. Also, im All-Time-High-Bereich hat der einen nach den anderen gesetzt und ich glaube, der ist bei 13, 14 Dollar und jetzt ist der irgendwie bei 15, 25 Cent oder so. Deswegen habe ich da auf jeden Fall, hattest du das mal an, also, hört sich interessant an. Also, ich fand das nicht schlecht, das Projekt. Du sagst gerade eben, du hast dich auf mehrere Bereiche fokussiert, was ja auch Sinn macht, natürlich. Man setzt ja nicht, auch wenn du, All-In ist ja eh keine Möglichkeit und keine Lösung für irgendetwas. Wenn man den Begriff Metaverse hört, kommt auch oft der Begriff NFT natürlich, wie heißt es, in den Raum. Was hältst du so von NFTs? Also, meins ist es gar nicht, ich weiß nicht. Wie findest du die? Ja, bei NFTs haben wir viele schlechte Erfahrungen gemacht, wegen den Scams, dem Hype und dann natürlich auch den Enttäuschungen, vor allem letzten Boran. Aber ich denke, dass an sich der Non-Fungible-Token in Zukunft eine extrem wichtige Rolle spielt. Also, vielleicht jetzt nicht in dem Bereich, wo wir es gesehen haben, aber vielleicht sogar im Thema Fälschungen Supply Chain finanzen könnte und wird NFT wahrscheinlich eine wichtige Rolle spielen und eine ganz andere Rolle, als die wir jetzt für NFTs jetzt so kennen. Weil jetzt kennt man nur NFT unter diesen irgendwelchen Affenbildern, die da irgendwie einen hohen Preis haben. Aber in Zukunft wird das dann wieder wahrscheinlich nochmal ganz, ganz anders aussehen. Ich lass mich eines Besseren belehren. Ich hab mir immer, also ich hab immer gedacht so, damals gab es NFTs nicht und mit dem, mit dem Laufe der Zeit kamen ja NFTs dazu, Metaverse und das gab es ja alles vorher nicht. So, wenn wir jetzt von ganz am Anfang reden. Glaubst du auch eventuell, dass die NFTs den Kryptomarkt so ein bisschen hops genommen haben, weil da ja auch viel Geld reingeflossen ist und dass der Ablauf nicht so gelaufen ist wie in den vorigen Jahren aufgrund von NFTs und anderen Sachen? Ich glaube, diejenigen, die ihr Geld aus Krypto gezogen haben und NFTs gepackt haben, haben sich letztendlich, zumindest die Mehrheit, nicht jeder, selbst hops genommen. Aber ich denke nicht, dass jetzt irgendwie das Geld, was dann eben aus Krypto in NFTs geflossen ist, den Boran so stark beeinflusst hat. Da ist gut was reingeflossen, aber ich denke, das war jetzt nicht so schwerwiegend. Also ich würde das nicht als Katalysator oder als Grund nehmen. Da sind die makroökonomischen Aspekte viel stärker. Gut, gut, dann kommen wir zur nächsten Frage. Gibt es eine Kryptowährung, wo du es bereust, da generell eingestiegen zu sein oder eingekauft zu haben? Also es gibt keine Kryptowährung, soweit ich mich erinnern kann. Es sei denn dies beim Untergang, wo ich sage, ich bereue es, sie gekauft zu haben. Denn die Kryptowährung, die ich gekauft habe, da habe ich mich alle erstmal sehr lange mit beschäftigt. Und da sehe ich einen Nutzen, da sehe ich einen Utility, also auch wirklich einen Anwendungsfall. Und da bin ich mit bestem Gewissen eingestiegen, nur nicht zu den besten Preisen. Aber das ist so ein Problem, das haben wir, glaube ich, alle. Wenn man DCR betreibt, dann hat man immer Preise, wo man im Nachhinein sagt, okay, hätte ich ein bisschen später mit DCR begonnen oder einfach jetzt eingekauft. Zum Beispiel bin ich bei manchen Positionen, wo ich auch ein kleines bisschen FOMO hatte, den ganzen Bärenmarkt mit eingekauft. Also als Bitcoin 50.000 war, die Altcoins gekauft. Als Bitcoin bei 40k war, die Altcoins gekauft. Und dementsprechend alle Preisbereiche mitgenommen. Aber Gott sei Dank habe ich eben das Größte immer noch jetzt beiseite und kann dann eventuell, wenn wir noch weitere Tiefs sehen, dort den Großteil meines Geldes für den Bullrun aufstocken. Und ich würde sagen, dass ich da jetzt aktuell keine große Reue habe. Nichts ist perfekt. Und ich bin im Großen und Ganzen trotzdem zufrieden und dankbar, dass ich immer noch einkaufen kann, überhaupt die finanziellen Mittel habe. Und da bin ich eher dankbar, als dass ich da irgendwelche Reue mit mir trage. Schön zu hören. Schön zu hören. Ja, weil da gibt es ja viele draußen. Also ich kenne einige, die nehmen wirklich jeden Shitcoin mit. Also wirklich jeden. Die machen damit auch Profite. Guck mal, ich hatte, da gibt es ein Projekt Lucky Block, da bin ich so ein bisschen mehr oder weniger, habe ich mehr Reichweite bekommen, weil der einem nächsten, ich habe ihn selber nicht gekauft, habe ich immer gesagt im Video. Ich habe gesagt, ich gucke, was er danach macht, so nach dem Loach und ICO und wie ist alles ein Scheiß, so Private Sale. Ich habe gesagt, ich gucke, was der macht. Aber nachdem ich das Video rausgehauen habe, einen Tag danach ist der um die 1000% gestiegen, während alles gefallen, also wirklich alles ist gefallen. Ja, also das war der einzige Coin. Ich habe das auch im letzten Video bei den Krypto-Spritzern, wo du auch dabei warst, gesagt, da geht es um Lotteriebranche. Und ich habe gesagt, Leute, das kann nicht immer weitergehen. Geht raus. Nee, nee, das geht noch. Das geht noch. Da ist einer, da freue ich mich natürlich gar nicht drüber, der hat gesagt, ich hatte 15.000, der hat irgendwie ganz wenig reingepackt, hätte 15.000 Euro Gewinn mitnehmen können, ist dann am Ende mit leeren Händen oder mit dem, was er halt da noch übrig hatte. Aber es waren auf jeden Fall nicht mehr vierstellig, sondern 100, 200, 300 Euro, die er da hatte. Das ist traurig. Das ist traurig. Ich habe gesagt, so ganz ehrlich, wenn du bei irgendetwas 2x, 3x machst, du musst nicht unbedingt 3, 5, 4x, 6, 7, 8 Jahre warten. Natürlich ist dann wahrscheinlich die Möglichkeit, höher mehr Profite zu nehmen. Aber nimm doch mal das mit, was dir gegeben wird. Sei doch zufrieden mit den Profiten, die du hast. Aber ist ja jeder selber für zuständig und verantwortlich. Ich warte nicht immer unbedingt auf, okay, jetzt bin ich steuerfrei, dann nehme ich das Geld mit erst dann. Wer weiß, wenn es steuerfrei ist nach der Einjahreshaltefrist, kann sein, dass er gar nicht mehr bei diesen Preisen angelangt. Deswegen, wenn ich sehe, der hat gute Profite gemacht, nehme ich das mit. Oder wie machst du das? Das ist wichtig, dass man auf jeden Fall auf dem Weg nach oben Profite mitnimmt. Ich kann dir wirklich da voll gut zustimmen. Wenn das deine Strategie ist, kann man das auch sehr gut so machen. Ich persönlich bin aber einfach so, ich mache mir den Stress nicht. Wenn man das kann und sagt, okay, ich kann damit umgehen, dann ist es vielleicht besser so. Bei so einem Shitcoin-Projekt würde ich direkt aussteigen, wenn es ein 2x macht. Da wäre so 5x schon, wenn ich sage, ey, ich bin nicht mehr geizig, ich gehe da raus. Da stimme ich dir voll zu. Aber bei so wirklich Anwendungsprojekten, wo jetzt aktuell das Geld alles nur Spekulation ist, die Preise nur Spekulation sind, würde ich jetzt erstmal für mich nie verkaufen. Weil ich sage, ey, wenn ich jetzt durch den Pump and Dump schon Preise erreiche, wo ich im Gewinn bin, möchte ich erstmal abwarten, was passiert, welche Preise wir erreichen, wenn wir da richtige Anwendung haben. Und da will ich auf jeden Fall mir so ein bisschen auf die Finger schlagen, da erst gar nicht auszucachen. Und da ich auch gar nicht auf mein Investment angewiesen bin, das ist auch ein ganz wichtiger Punkt, kommt das auch gar nicht in Frage, dass ich da irgendwas... Für mich ist es so, als würde es das gar nicht geben. So ist es wie Gold und Silber und Krypto, das habe ich einfach. Und wenn es nichts wird, dann wird es nichts, aber sollte schon alles klappen. Ja, ich bin tatsächlich... Die, die ich ganz am Anfang gekauft habe, die habe ich beibehalten. Das habe ich bei Tron gemacht. Bei Tron bin ich einmal ganz dick reingegangen, auch vierstellig. Ja, vierstellig. Und meine Investition hat sich innerhalb von kürzer Zeit, ich glaube, ich habe irgendwie bei drei, vier, irgendwie sowas, drei, vier Cents gekauft. Und dann ist es nach ein paar Tagen auf 17 Cents gestiegen. Oder 17 Dollar Cents. Ja, da habe ich ein paar X mitnehmen können. Da habe ich gesagt, ganz ehrlich, wer weiß, wann das wieder kommt. Kommt, kann ja sein, dass es nicht kommt. Ich sage, nimm mit einfach, scheiß drauf. Hast du halt Profite gemacht, kannst ja dann immer noch wieder einkaufen. Da habe ich das rausgenommen, das Geld. Und habe es dann im Nachhinein, als er wieder jetzt bei 5 Cents, habe ich so ein bisschen reingepackt, aber nicht mehr so viel. Ich habe die Aufteilung komplett anders gemacht, weil ich einfach bei Tron viel zu viel reingedippt habe. Das ist nicht bereut auf jeden Fall. Bereut habe ich es nicht. Das Ding ist, weil Justin Sun, der ist halt so wie Elon Musk, macht er solche Aktionen. Der bringt da solche Aktionen an den Tag, wo der das Projekt halt pusht mit, so weißt du. Muss noch nicht mal so, ein Shit-Projekt ist es nicht. Das besteht ja schon seit Jahren. Aber das Ding ist, man weiß nicht, ob der Typ das gegen die Wand fährt. Der ist ja jetzt eh raus. Deswegen habe ich gesagt, komm, machst du die Aufteilung auch komplett anders. Aber bereut habe ich es auf jeden Fall nicht. Die Profite sind jetzt wieder gut angelegt, auf jeden Fall. Ja, die sind in Algorand, glaube ich, reingeflossen. Ja, genau. Sehr schönes Projekt. Ja, auf jeden Fall. Freunde, da das Video viel zu lang wurde, haben wir das Video in drei Teile geschnitten. Teil 1 kommt auf jeden Fall heute, Teil 2 kommt morgen und Teil 3 übermorgen. Und falls euch das Video gefällt, ja, dann lässt da ein Like da, ein Kommi für den Algo. Wie gesagt, schaut bei Alex auch vorbei und gibt dir ein Like und eine Unterstützung. Er macht guten Content. Compatius und Amigas. Bis zum nächsten Teil. Ich wünsche euch einen angenehmen Sonntagabend. Ciao.